Hi, ich bin Nino von Farbenbote, deinem Online-Shop für Sto-Produkte und in diesem Video erzähle ich euch was über Sto-Euro-Trend-Raufaser-Grob. Hierbei handelt es sich um unsere dreilagige Raufasertapete. Wird häufig für die Sanierung von Altbau verwendet oder aber auch im privaten Wohnbereich. Da diese Tapete atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend ist, ist sie optimal geeignet, denn sie sorgt für ein sehr gutes Raumklima. Diese Tapete könnt ihr auf fast allen Untergründen tapezieren, egal ob auf Gipskartonplatten, auf Betonwänden oder auf Spanplatten. Für Putz- und Trockenbauplatten ist mindestens Qualitätsstufe 2 erforderlich, um zu tapezieren. Ich empfehle euch den Untergrund vorher noch einmal zu grundieren und zwar mit Sto-Prime-Plex. Das Schöne an dieser Raufasertapete ist, dass sie allergikerfreundlich ist und sie hat einen hohen Weißgrad. Somit überdeckt sie wirklich jeden Untergrund und lässt sich problemlos überstreichen. Für die Raufasertapete benötigen wir natürlich auch den richtigen Kleister und dazu empfehle ich euch unseren Pulverkleber Mütiland TG. Diesen könnt ihr ganz einfach mit Wasser anmischen und dieser ist in 3 Minuten verarbeitungsfertig. Für das Tapezieren benötigt ihr eine Tapezierbürste. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einer Gummirolle andrücken. Und anschließend ist es wichtig, dass ihr über eure Nähte mit eurem Nahtroller rüber geht. Dafür rollt ihr von oben nach unten einmal ab und könnt so sicher gehen, dass die Nähte sich nicht nochmal öffnen. Diese Tapete bekommt ihr bei uns im Shop in 75 cm Breite und 125 m Länge. Ihr könnt das Ganze aber auch eine Nummer kleiner bestellen. Da haben wir die 53 cm Breite und eine 33 m Länge. Alle genannten Produkte und noch vieles mehr rund um das Thema Farbe findest du bei uns im Online-Shop. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann melde dich doch gerne bei unserem Kundensupport. Über ein Like und ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020